Herzlich Willkommen zu unserem Webinar mit eigenen Geodaten zur fertigen Web-Anwendung. Ich heiße Christoph Karni und bin Vertriebsmitarbeiter und werde für den technischen Teil von Johannes Fuchs unterstützt. Bevor wir aber starten noch einen Hinweis. Die Folien, die Sie heute hier sehen werden, erhalten Sie als PDF im Nachgang und das Webinar wird auch aufgezeichnet, sodass wir es zum späteren Zeitpunkt als Video zur Verfügung stellen können. Bevor wir jetzt aber mit dem Webinar starten, beginnen wir vielleicht einmal mit täglichen Fragestellungen, die Ihnen als Architekten, Ingenieuren oder auch Planern begegnen und diese Fragestellungen sind oft ja vielleicht aufeinander getrennt. Fragen wie wo ist etwas zu meinem Projektgebiet, also welche Daten gibt es überhaupt und die sind oft als unterschiedlichste Datentypen in Tabellen, Fotos, Berichten, PDFs, vielleicht auch Diensten eben verteilt. Dort gilt es, diese Daten zusammenzubringen, zu recherchieren und auszuwerten und dann ableiten zu können, was und wann wie zu erledigen ist, entsprechende Aufgaben auch zu vergeben und auch sicherzustellen, dass alle Informationen entsprechend allen zur Verfügung stehen. Und diese Thematiken und weitere Fragestellungen haben wir für Sie in vier Webinaren zusammengefasst. Zum einen im Webinar mit eigenen Geodaten zur fertigen Web-Anwendung, um schnell und einfach produktive Ergebnisse eben weiterzugeben, nutzerspezifisch zu erstellen, um weitere zu zeigen, wie Sie Vermessungslösungen mit der ARCIS-Plattform entsprechend kombinieren, gemeinsam nutzen oder auch wie Sie Daten von UAV hernehmen können, um zum Beispiel eine Analyse zu machen. Zur Qualität ist meine Befliegung vollständig reichen meine Daten oder auch hochauflösende Bildinformationsprodukte in 2D und 3D entsprechend abzuleiten. Abrunden werden wir das Ganze mit dem Blick, wie ich BIM und GIS das Beste aus zwei Welten eben zusammenwachsen lassen und dort zeigen, wie in Revit bzw. Sie Revit entsprechend nutzen können unter anderem. Wenn wir aber diese vier Webinar einmal zur Seite schieben und auf den Kern sozusagen schauen, wir erarbeiten nämlich das Projektgeschäft, so zeigen wir in allen vier Webinaren Möglichkeiten und Lösungen auf, um über den Projektlebenszyklus, also von dem Entwurf, der Planung, dem Bau und dem Betrieb, Geoinformationen zu nutzen, in Wert zu setzen und als Basis einer gemeinsamen Arbeit zu verwenden. In dem heutigen Webinar starten wir mit einem Überblick zur AGIS, um dann aber auch direkt zur technischen Vorführung überzugehen. Hier verwenden wir eine klassische Fragestellung, nämlich eine Trassenplanung mit Beispieldaten und in der Trassenplanung geht es natürlich hauptsächlich um Flurstücke. Daher zeigen wir am Anfang Lösungen von Partnern, wie sie NRS-Daten eben in AGIS bekommen, werden weitere Daten integrieren und Analysen fahren und auf diesen Informationen werden wir dann Webdienste erstellen, die in Form von thematischen Karten genutzt werden können, in Webkarten und daraus leiten wir dann weiter nutzerspezifische Informationsprodukte ab. Das Ganze ergänzen wir dann um einen besonderen Blick auf das Projekt, nämlich eine aggregierte Lagebild-Sicht und stellen Ihnen dann zum Schluss auch noch unser spezielles Angebot vor, was wir speziell für Sie eben aufgesetzt haben. Zum Ende hin haben wir dann einen Blog mit Fragen und Diskussionen und hier laden wir Sie ein schon während des Webinars Ihre Fragen in der sogenannten Chatterbox eben einzugeben. Mit AGIS erreichen Sie die effiziente Zusammenarbeit in Ihren Projekten, um eben alle Projektbeteiligten abzuholen, entsprechend ihrer Rolle in die Nutzung zu bringen und zwar die Nutzung der Informationen, sei es nur lesen oder auch editieren oder auch veröffentlichen, also sprich Veröffentlichung von URV-Daten als Bildinformationsprodukte, die dann Basis für alle sind, worauf zum Beispiel auch der GIS-Analyst seine Analysen betreiben kann. Verschiedenes Analysen wie Buffer-Bildung, Erreichbarkeit, Datenanreicherung und dergleichen. Diese Informationen dann wiederum als Dienste bereitstellt, die dann zum Beispiel von einem Inspekteur bei der Erstaufnahme der Erstbegehung hergenommen werden können, der dann auch wiederum Informationen zurückgeben kann an alle. Der Bauzeichner, der die Informationen in seine Planung hineinbekommt und die Planung direkt allen zur Verfügung stellt. Der Projektmanager, der immer den Überblick hat über die neuesten Daten oder auch Aufträge vergeben kann, zum Beispiel an die Vermessungsabteilung, um eine Ergänzung, eine Fortführung oder Lageplan eben entsprechend zu erstellen. Der Entscheider, der in einer aggregierten Lagebildsicht die Information immer dabei hat, zum Beispiel auch unterwegs auf dem Tablet oder Smartphone und ich erreiche eben auch die Beteiligung der Öffentlichkeit, so dass ich Bürger aktiv um ihre Meinung, um ihre Stellungnahme mit hineinnehmen kann. Und allen diesen stehen eben Datenschätze zur Verfügung. Diese Datenschätze ist eine solide Grundlage für ihre Arbeit, denn es sind gebrauchsfertige Karten und Layer, die direkt eingesetzt werden können, zum Beispiel in Form von Grundkarten, Bilddaten oder auch Höheninformationen, soziodemografische Daten, naturräumliche Gliederung oder auch gebietsräumliche Gliederung, Echtzeitinformationen wie zum Beispiel Verkehrsdaten, Erdbeobachtungsinformationen, Stichwort Kopernikus, auch der Blick in die Geschichte mit historischen Daten. Und all diese Informationen kommen entweder von ESRI oder auch Drittanbietern wie zum Beispiel der Landesvermessung oder anderen, die zum Beispiel Bohrlochkataster zur Verfügung stellen, Gemarktungsgrenzen, Open Data und dergleichen. Also eine Vielzahl an Informationen, die eben allen bei ihren Aufgaben eben zur Verfügung stehen, nämlich diesen dreien Bereichen im Innendienst, Außendienst und der Öffentlichkeit. Und wenn wir einmal schauen auf die einzelnen Bereiche mit dem Außendienst beginnen, dann haben wir hier Beispiele eingeblendet, wie sie mit nativen Apps draußen online oder auch offline entsprechend arbeiten können. Also soll heißen, dass sie wirklich auf jedem Gerät überall und zu jeder Zeit ihre Aufgaben abarbeiten können. Zum Beispiel, wo habe ich einen Auftrag, was muss ich entsprechend bearbeiten, wie kann ich diese Information dann zurückgeben oder auch draußen Objekte erfassen, überprüfen, entsprechend auch mit GNSS kombinieren. Anderer Art und Weise der Informationsgewinnung ist zum Beispiel über den Formular basierten Ansatz, wo ich auch noch ergänzend Fotos oder Positionen hinzunehmen kann oder auch einfach nur Karten, die ich unterwegs immer dabei habe, in die ich dann entsprechend auch einzeichnen kann und sozusagen mir wichtige Notizen vermerke. Im Innendienst erreiche ich schneller bessere Entscheidungen dadurch, dass ich auf Basis meiner Analysen auch professionelle Karten mit erstelle, das Ganze in 2D oder 3D. Mit 3D-Stadtmodellen direkt zwei verschiedene Szenarien gegenüberstellen kann. Was bedeutet das? Wenn wir mir das eine Planungsszenario verfolgen oder das andere, also direkt Aussage bekomme oder auch alle Daten, die ja oft noch in Excel vorgehalten werden, in Form von thematischen Karten eben alle zur Verfügung stelle und zwar das direkt aus Excel heraus und in Excel auch die Fortführung und Aktualisierung vornehme. Mit dem aggregierten Lagebild erhalte ich dann immer die wichtigsten Informationen zusammen und zwar greife ich hier auf die entsprechenden Attribute zu, die dann als absolute relative Anzeige mir eben hier direkt auf einen Blick wieder gegeben werden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit, sprich meiner Projektpartner, erreiche ich dadurch, dass ich eine Vielzahl an Anwendungsvorlagen habe, die ich entsprechend konfiguriere. Also zum Beispiel im Bereich des Projektes, wie sieht es draußen aus der Fotodokumentation oder ich habe entsprechend eine Referenzübersicht, die ich präsentieren möchte und das kann ich eben dann hier mit Fotos, Informationen und Karten eben zusammen machen oder auch eine Anzeige von 3D im Browser direkt. Also wie wirkt sich mein neues Bauvorhaben auf die Umgebung aus, zum Beispiel mit Schattenwurf, mit Sichtbarkeiten. Ich kann entsprechend Informationen geben zu Bauvorhaben, wo sind meine Projekte, wo gibt es vielleicht Baulücken, wo gibt es Leerstände, wo sind Baustellen und dergleichen und auch eine webbasierte Beteiligung der Bürger entsprechend herbeiführen. In diesem Rahmen gibt es immer drei Schritte, wie ich sozusagen zur Produktivität gelange, nämlich die Datenaufbereitung, Anreicherung, Analyse und die Erstellung von Diensten. Sobald ich diese Dienste habe, werden sie konfiguriert als Web-Anwendung oder auch direkt genutzt, nämlich von den einzigen Projektgruppen, die entsprechend ihrer Rolle, ihre Berechtigung auf diese Information zugreifen und alle gemeinsam arbeiten. Das als kurzer Überblick und Einführung zu AGIS. Kommen wir jetzt zur praktischen Vorführung und bevor ich an den Herr Fuchs übergebe, einmal ganz kurz noch ein paar Stichpunkte, was Sie gleich erwarten wird. Also wir werden etwas sehen zur Datenintegration, NS-Partnerlösung kennenlernen, da verschiedene, wird Ihnen Herr Fuchs vorstellen. Und dann werden wir mit unseren Datenanalysen vornehmen, Webdienste erstellen und auch Web-Anwendungen vor allem konfigurieren, auch Berichtswesen, zum Beispiel Grunderwerbskarten, wie ich so etwas gestalten kann und auch aufzeigen, wie ich eine Beteiligung herbeiführe. Damit übergebe ich an dich, Johannes und freue mich auf die Vorführung. Vielen Dank Christoph für die Einführung und wir starten jetzt auch gleich durch mit dem ersten Block der Live-Vorführung, nämlich wie wir von NRS-Daten zum Webdienst gelangen. Dafür möchten wir Ihnen verschiedene NRS-Partnerlösungen präsentieren und wir starten mit der Lösung der GIS-Con. Bei der Lösung der GIS-Con habe ich eine Eingabemaske, über die ich zunächst meine Ausgangs-NRS-Datei hinzulade. Das ist hier diese XML-Datei. Ich definiere anschließend meinen Ausgabeordner und wähle dann das Ausgabeformat. Hier kann ich zwischen File-Due-Database, Personal-Due-Database und Shape-File unterscheiden, gebe dann den Namen meines Ausgabeverzeichnisses an und wähle dann noch, um welche Art der Daten es sich handelt, also um eine Erstausstattung oder um eine Fortführung. Habe ich diese Parameter gesetzt, kann ich schon mit der Umsetzung, mit der Konvertierung starten. Man sieht hier die ganzen Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, die werden hier auch mit angezeigt, mit visualisiert, zum Beispiel, welche Objektarten gerade umgewandelt werden, wie viele Objekte beinhaltet sind. Und diese Protokollierung, die im Hintergrund stattfindet, die kann ich nach der erfolgreichen Umsetzung dann auch persistieren, indem ich eine Protokolldatei schreibe. Nach dem Input werden dann diese Daten hier angezeigt, einmal in der Katalogstruktur. Ich sehe hier die einzelnen Dateien und diese kann ich direkt in AGIS visualisieren. Im Hintergrund sind die Flurstücke und die Gebäude in der Karte dargestellt und im unteren Bereich sehen wir die zugehörige Attribut-Tabelle der Flurstücke mit den klassischen Werten, den Buchdaten, wie zum Beispiel Zähler und Nenner. Des Weiteren sieht man hier noch die anderen Attribute und das ist mit der Lösung der GIS-Con möglich, solch eine Konvertierung. Hier auf diesem Steckbrief sind hier nochmal die wichtigsten Parameter, die wichtigsten Merkmale der GIS-Con-Lösung. Anschließend im mittleren Teil die Vorteile und Nutzen. Und zu guter Letzt möchte ich nochmal explizit darauf hinweisen auf Ihren Ansprechpartner auf Seiten der GIS-Con, Herrn Walter Richter, der für weitere Fragen und Rückmeldungen zur Verfügung steht. Die zweite Lösung, die wir Ihnen vorstellen möchten, ist von der IP-Sys-Con. Die Lösung der IP-Sys-Con nennt sich IP-NRS-Manager. Auch hier habe ich eine Eingabemaske, der ich zunächst, wenn einmal festlege, welche Ausprägung meine Daten haben und dann die XML-Datei, die NRS-Daten, hinzulade. Auch hier starte ich die Konvertierung. Ich bekomme angezeigt, welche Objektklassen hier in der NRS-Datei zugrunde liegen und kann diese Daten dann auch direkt visualisieren in ARKIS. Ich habe hier ein kleines Add-in, die IP-ARKIS-Karte und über dieses Add-in kann ich hier verschiedene Visualisierungen meiner konvertierten Daten vornehmen. Das heißt, ich kann hier direkt auswählen, welche Objektarten zum Beispiel visualisiert werden sollen und daraus mir dann direkt eine thematische Karte in ARKIS ableiten. Auch hier habe ich wieder eine Buchdatenauskunft, hier in diesem Infofenster. Ich klicke die einzelne Geometrie an und bekomme dann schön aufbereitet die entsprechenden Buchdaten mit visualisiert. Auch eine Mehrfachselektion ist direkt hier über dieses Add-in möglich und diese Mehrfachselektion kann ich dann wiederum auch exportieren, zum Beispiel als Excel-Tabelle. Und in dieser Excel-Tabelle werden dann die verschiedenen Beziehungen, die verschiedenen Relationen auch dargestellt. Ein Flurstück zum Beispiel mit mehreren Eigentümern. Hier auch noch mal kurz zusammengefasst im Steckbrief die NRS-Lösung der IP-Syscon. Zunächst wieder die wesentlichen Merkmale, dann folgend Vorteile und Nutzen. Und auch hier möchte ich den Ansprechpartner auf Seiten IP-Syscon hinweisen. Das ist Herr Roman Radwerger, der für Fragen und weitere Informationen bereitsteht. Die dritte Lösung, die wir Ihnen vorstellen möchten, stammt von der AEDC-CAD. Diese Lösung nennt sich 3A Spatial Manager. Und mit 3A Spatial Manager wird hier auch zunächst im Import-Dialog, in diesem Fenster, ausgewählt, welche NRS-Daten konvertiert werden sollen. Das können in diesem Fall gezippte Dateien oder auch entzippte Dateien sein. Die lege ich fest, definiere mein Zielformat, mein Verzeichnis, in dem ich arbeiten möchte und habe auch die Möglichkeit, hier eine Datenfortführung NBA-konform durchzuführen. Ich starte auch hier den Import-Dialog. Eine Protokollierung im Hintergrund findet statt. Ich bekomme noch die Information, dass verschiedene Alkis-Länder-Varianten unterstützt werden und gleichermaßen aber auch Erweiterungsmodelle wie COMOK zum Beispiel. Nach der Konvertierung, die auch hier mit protokolliert wird, ebenso wie eine Statistik erzeugt wird, kann ich dann diese Dateien auch direkt in AGIS wieder visualisieren. Das ist hier gemacht anhand exemplarischer Layer-Dateien. Und über das Menü, über verschiedene Menü-Bausteine, wie zum Beispiel das Info-Fenster, kann ich auch hier die Geometrien abfragen und die Buchdaten direkt dekodiert erhalten. Hier am Beispiel der Gebäudefunktion in der Attributtabelle der Geometrie in der Gebäude. Wenn meine NRS-Daten auch Eigentümerinformationen beinhalten, dann werden diese hier in der Attributtabelle auch entsprechend aufbereitet. So habe ich also auch bei der Lösung der IDC-CAD die Möglichkeit, wirklich hier schön meine NRS-Daten zu konvertieren und auch zu lesen. Die IDC-CAD bietet für ihre Lösung eine dreimonatige, kostenfreie Testnutzung an. Im Steckbrief, wie Sie es schon kennen, noch mal die wichtigsten Parameter im oberen Teil zusammengefasst. Dann Vorteile und Nutzen dieser Lösung. Und auch hier möchte ich auf Ihren Ansprechpartner verweisen. Das ist Herr Hubert Fünfer, der für Fragen und Rückmeldung zur Verfügung steht. Zu guter Letzt möchten wir abschließend auf die Lösung der Conterra verweisen. Die Lösung der Conterra ist im Gegensatz zu den zuvor gezeigten eine dienstebasierte Lösung, die sich hier NRS-to-Shape nennt. Das heißt, ich melde mich hier online an, um diesen Konvertierungsdienst zu nutzen. Ich habe also eine individuelle Kennung und nach der Anmeldung werde ich hier im Browser aufgefordert, die Daten, die ich konvertieren möchte, zu laden. Ich wähle also auch hier eine NRS-Datei aus, auch gegebenenfalls ein gezipptes Verzeichnis, wo mehrere Dateien drin liegen und werde dann per Mail informiert, dass die Konvertierung erfolgreich abgeschlossen ist. Dann kann ich diese Daten in Argus, hier in Argus Pro, direkt visualisieren und auch abfragen über ein Klick in die Geometrie. Was wir hier in diesem kleinen Beispiel noch sehen, ist dann die anschließende Visualisierung, wenn die Daten hinzugeladen sind, jetzt als Shapefile, dann kann ich diese auch attributgestützt visualisieren. Diesem Beispiel wird jetzt die Flurstückgeometrie über deren Nutzung visualisiert. Das heißt, im Symbolisierungsdialog, der ausgewählt wird, kann ich dann über dieses Attribut eine Darstellung auswählen, sodass jetzt hier in diesem Fall die unterschiedlichen Nutzungen unterschiedlich farblich gekennzeichnet sind. Im Steckbrief der Conterra finden Sie im oberen Bereich wieder die verschiedenen Merkmale, gefolgt von den Vorteilen und den Nutzen dieser Lösungen, die dienstebasiert ist. Und zu guter Letzt auch die Ansprechpartnerin auf Seiten der Conterra, Frau Verena Henners, für weitere Fragen und Rückmeldungen. So, jetzt haben wir also den ersten Schritt erledigt. Wir haben NRS-Daten in Filture Database, in Shapefiles überführt, sodass wir sie direkt in Argus nutzen können. Und an dieser Stelle starten wir dann auch direkt mit unserer Desktop-Software mit Argus Pro. Das ist Argus Pro. Im Zentrum zentral ist die Karte dargestellt und wir befinden uns jetzt hier in einem Untersuchungsgebiet in Thüringen, in Kala. Und unser Szenario ist eine Trassenplanung. Also im Kontext von Energieversorgung, von Wasser, Ver- und Entsorgung möchten wir jetzt gemeinsam diese Trasse planen. Dafür haben wir verschiedene Daten geladen in dieser zentralen Karte. Es sind zum einen die Flurstücke und die Gebäude, hier links in der Inhaltsangabe. Diese stammen aus NRS-Daten und wir haben eine Planung, ein linienhaftes Objekt, die Trassenplanung, konstruiert. Hier unten sehen wir die Attributtabelle der Flurstücke. Also hier werden auch die verschiedenen Buchdaten natürlich mitgenommen, wie sie in der NRS-Datei zugrunde legen. Ich möchte hier darauf hinweisen, das handelt sich um ein konstruiertes, um ein fingiertes Beispiel. Wir haben die Open Data aus Thüringen verwandt. Das heißt, sobald Sie Open Data vorliegen haben, können Sie diese auch dann direkt in Argus nutzen. Bevor wir in das Szenario fachlich einsteigen, noch ein paar Worte zur Argus Pro-Oberfläche. Wir sehen hier im oberen Teil noch die verschiedenen Menübänder und hinter jedem Menüband verstecken sich verschiedene Funktionen, verschiedene Informationen. Zum Beispiel unter diesem Menüband Karte kann ich jetzt die unterschiedlichen Hintergrundkarten auswählen. Also aktuell in unserem Kartenprojekt nutzen wir die von ESRI bereitgestellte topografische Hintergrundkarte, aber ESRI liefert noch eine Vielzahl weiterer Karten, wie Sie hier sehen. Ich kann aber auch meine individuellen Karten, Hintergrundkarten hier einbinden oder auch amtliche Dienste, wie zum Beispiel den Webatlas. Da habe ich also sehr viele Möglichkeiten, je nachdem, was ich benötige. Ein weiterer Reiter, den ich hier oben ein bisschen noch hervorheben möchte, ist dieser Analyse-Reiter. Hier stecken unter anderem die Werkzeuge drin, um dann mit meinen Daten auch räumlich zu arbeiten, diese zu analysieren und neue Informationen abzuleiten. Auf der linken Seite im Katalogfenster sehen Sie diese Ordnerstruktur. Das heißt, alle Dinge, die ich in meinem Projekt erzeuge oder mit denen ich arbeite, die werden hier abgelegt. In dem Ordner Karten zum Beispiel finden sich diese verschiedenen Karten, die ich im Rahmen meines Projektes erzeuge, wieder. Im Ordner Datenbanken, da liegen die Daten, die ich in meinem Projekt verwende. Im Ordner Layouts, da werden die Berichte landen, die ich generiere. Das werden wir dann später auch noch einmal sehen. Und wie bereits eingangs angekündigt, wir haben ja hier NAS-Daten, die konvertiert wurden und selbst konstruierte Daten. Ich kann natürlich aber auch noch weitere Datenquellen hinzufügen. Und das möchte ich einmal exemplarisch zeigen. Und zwar habe ich hier noch einen Ordner mit CAD-Daten vorliegen. Den öffne ich jetzt einmal. Das sind DWG-Daten und DXF-Daten, weil ich eine Umrandung oder eine Fläche des Untersuchungsgebietes hier in Kala in Form eben dieser CAD-Daten geliefert bekommen habe. Das heißt, ich kann mir dieses Untersuchungsgebiet einfach per Track & Drop in mein Argus Pro-Projekt hineinziehen und noch nach meinen eigenen Vorlieben visualisieren. Ich möchte nur eine Umrandung dargestellt haben. Also keine flächenhafte Darstellung. Und definiere das hier einmal mit ein paar wenigen Klicks. Ich mache die Umrandung noch ein bisschen dicker und nehme eine andere Darstellung, so eine punktuelle Darstellung. Und schon haben wir das Untersuchungsgebiet aus CAD-Daten dem Projekt hinzugefügt. Jetzt möchte ich in die fachliche Analyse einsteigen. Meine erste Fragestellung oder meine erste Anforderung lautet, entlang dieser Trassenplanung, die sich ja hier linienhaft darstellt, muss ich einen Korridor berechnen. Für die bevorstehende Baumaßnahme wird auf beiden Seiten dieser Planung jeweils zweieinhalb Meter Abstand benötigt. Ich muss also einen Korridor berechnen hier entlang dieser Linie. Dafür verwende ich das Puffer-Werkzeug. Ich wechsle also hier oben wieder in die Analyseansicht und wähle mir direkt das entsprechende Werkzeug aus. Und dieses Werkzeug wird jetzt gefüttert mit den unterschiedlichen Daten. Ich kann einfach per Drag & Drop zum Beispiel den Input definieren, vergebe den Ausgabenamen und lege fest, wie stark gepuffert werden soll. Das sind in meinem Fall zweieinhalb Meter und führe dieses Werkzeug aus. Das dauert jetzt ein paar wenige Sekunden und dann wird mir der Ergebnis-Layer auch direkt schon zur Karte hinzugefügt. Sie sehen, der ist jetzt hier in diesem Fall grau dargestellt. Auch hier kann ich natürlich die Symbolisierung wieder anpassen, wenn ich das möchte. Das benötigen wir jetzt aber aktuell nicht. Im nächsten Schritt stelle ich mir die Frage, welche Grundstücke sind denn jetzt überhaupt betroffen? Also, welche Grundstücke liegen denn innerhalb des Untersuchungsgebietes? Dafür wähle ich eine weitere räumliche Selektion aus. Ich möchte nämlich lagebezogen auswählen. Und hier definiere ich, im Untersuchungsgebiet sollen überschneidete Grundstücke, Flurstücke ausgewählt werden. Das heißt, durch das Setzen dieser wenigen Parameter, durch die Eingabe vertauscht, einmal kurz umdrehen, durch das Setzen dieser wenigen Parameter bekomme ich dann gleich eine erste Analyse ausgegeben. Und zwar sehe ich das zum Beispiel in meiner Attributtabelle, dass ich jetzt 51 betroffene Flurstücke in Kala habe, von den über 3000. Und im Folgenden möchte ich jetzt definieren, wie viel Fläche eines jeden Grundstückes, denn de facto durch den berechneten Korridor zuvor auch betroffen ist, also direkt betroffen ist. Dafür kann ich jetzt diese betroffenen Flurstücke wiederum mit diesem Polygon, mit diesem Korridor überschneiden. Wenn ich das mache, das habe ich bereits vorbereitet, dann bekomme ich auch die absolute Fläche, die betroffen ist. Das zeige ich Ihnen einmal an dem Beispiel der betroffenen Flurstücke, die ich hier schon mal geladen habe. Durch diese weitere räumliche Analyse habe ich diese weiteren Spalten erzeugt. Einmal die absolute Fläche, die jeweils betroffene Fläche eines jeden Grundstückes und diese auch noch über eine Feldberechnung prozentual ausgedrückt. Des Weiteren habe ich jetzt hier auch noch festgelegt, noch eine weitere Spalte angelegt, wie der Flächenanspruch denn durch die Baumaßnahme aussieht, ob dieser dauerhaft ist, vorübergehend oder dinglich zu belastend ist. Wenn ich so also meine Analysen durchgeführt habe, dass ich identifiziert habe, welche Flurstücke wie stark durch die Baumaßnahme betroffen ist, habe ich die Möglichkeit dann in Arges Pro direkt auch schon Berichte zum Grunderwerb zum Beispiel zu generieren. Dafür habe ich eine Layout-Funktionalität, die zeige ich Ihnen hier einmal. Ich schließe einfach mal kurz die Attribut-Tabelle. Und in dieser Layout-Funktionalität kann ich verschiedene Berichte definieren, konstruieren. Also ich habe hier jetzt eingeblendet solche Konstruktionshilfelinien und anhand derer kann ich meine einzelnen Elemente ausrichten. Also ich habe hier zentral meine Karte, habe jetzt hier mir ein Flurstück herausgesucht, für das ich jetzt einen Bericht generieren möchte. Ich habe hier unten meine anderen Kartenelemente hinterlegt, wie die Legende, wie die Maßstabsinformationen und hier auch spezifisch für dieses Flurstück die weiteren Sachinformationen, welches Flurstück betroffen ist, wer Eigentümer ist und wie stark und in welcher Form dieses Grundstück betroffen ist. Und über andere Werkzeuge, die mir Argus Pro liefert, kann ich solche Berichte dann auch automatisiert durchlaufen lassen. Also das sind alles dynamische Felder. Ich kann hier alle betroffenen Flurstücke definieren, sodass für jedes dieser Flurstücke automatisiert ein solcher Bericht in diesem Layout generiert wird. Ausgeben kann ich solch einen Bericht dann beispielsweise als PDF. Einfach ganz einfach über diese entsprechende Funktionalität. Das PDF wird mir geschrieben. Ich kann es einmal kurz öffnen und einen Blick hineinwerfen und habe dann mein Ergebnis, das ich entsprechend weitergeben kann. Jetzt haben wir bisher aktuell und ausschließlich im Desktop-Bereich gearbeitet mit lokalen Daten. Wir möchten im Nächsten aber diese Informationen auch im Web bereitstellen. Dafür habe ich schon einige dieser lokalen Daten bereits als Dienst gegen Argus Online freigegeben, weil Argus Online ist meine persönliche Web-Umgebung, wo ich Webkarten und Web-Anwendungen konstruieren kann. Zugriff zu dieser Web-Umgebung liefert mir mein Named User, also meine Anmeldeinformation gegen Argus Online. Ich bin hier in Argus Pro bereits angemeldet mit meinem Named User und kann jetzt hier einmal exemplarisch zeigen, wie man aus lokalen Daten einen Dienst generiert. Das heißt, das möchte ich verdeutlichen anhand des konstruierten Buffers, der berechneten Korridorfläche entlang der Trasse. Das mache ich einfach, indem ich über Rechtsklick Freigeben diesen Datensatz als Web-Layer nun freigebe, also als Dienst. Ich bekomme eine entsprechende Maske geliefert, gebe hier noch ein paar Meta-Informationen ein, um diese Informationen, diesen Dienst dann auch später leichter finden zu können und veröffentliche diesen. Bereits zu diesem Zeitpunkt kann ich hier unter den weiteren Menüreitern, die ich jetzt übersprungen habe, festlegen, wie mit diesem Dienst gearbeitet werden kann, also ob dieser Dienst zum Beispiel editierbar sein soll, ob dieser Dienst downloadfähig sein soll, ob er also auch offline genutzt werden kann. Das kann ich bereits hier in Argus Pro definieren, aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt in Argus Online. Diese Veröffentlichung als Dienst, die dauert jetzt einen kleinen Moment, noch ein paar Sekunden, dann bekommen wir das positive Feedback und dann haben wir den ersten Teil der praktischen Demo auch abgeschlossen. Das heißt, wenn wir einmal noch mal kurz in die Folie zurückschauen, dann haben wir jetzt den Web-Dienst erfolgreich generiert und können uns im nächsten Schritt damit befassen, wie wir thematische Karten in Argus Online im Web generieren. Dafür öffne ich einmal Argus Online. Das hier ist die Startseite von Argus Online. Die erreiche ich über www.argis.com und hier melde ich mich wieder mit genau dem identischen Name-User an. Damit ist gewährleistet, dass ich exklusiv auf meine Inhalte auch Zugriff habe. Die Startseite von Argus Online von meiner persönlichen Subskription sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier verschiedene Menüpunkte. Wir möchten uns jetzt gemeinsam einmal den Menüpunkt Karte genauer anschauen und damit arbeiten. Das ist auch der wesentliche Baustein in Argus Online. Hier habe ich mein Kartenfenster, meinen Kartenviewer, in dem ich meine Karten gestalten kann. Aktuell ist in diesem Kartenfenster ausschließlich meine Hintergrundkarte geladen, aber hier kann ich jetzt auch meine individuellen Dienste zum Beispiel hinzufügen. Über den entsprechenden Dialog habe ich die Möglichkeit, nach meinen Layern zu suchen. Und hier taucht auch schon direkt der Dienst auf, den wir gerade gemeinsam veröffentlicht haben, heute am 07.09. Das ist der Dienst, so hatten wir ihn benannt. Den kann ich jetzt direkt hinzufügen. Und so ist meine Karte schon durch einen weiteren Dienst ergänzt und hat schon etwas mehr Aussagekraft. Und so kann ich peu a peu meine Karte gestalten, kann zum Beispiel weitere Dienste, die schon bereits im Web existieren, hinzuladen. Amtliche Dienste von den Landesvermessungen zum Beispiel oder auch von anderen Projektpartnern. Hier werden auch verschiedene OGC-Dienste zum Beispiel unterstützt. Hier kann ich vielfältigste andere Formen mit hinzufügen. Die Grundkartengalerie, die habe ich natürlich auch hier wieder verfügbar. Hier kann ich frei auswählen, aus dem ESRI-Content oder auch andere Datenquellen einbinden. Im Desktop hatten wir uns die Analysen angeschaut, die verschiedenen Analysen. Auch online habe ich diese Möglichkeit, wesentliche zentrale Analysen durchzuführen. Zum Beispiel die Puffer-Funktionalität würde sich hier unter Nachbarschaftsanalyse verstecken. Hier kann ich also den Puffer auch direkt online ausführen, was wirklich eine sehr schöne Sache ist. Des Weiteren kann ich jetzt hier natürlich meine Karte abspeichern, wenn ich sie richtig konfiguriert habe und dann freigeben. Aktuell ist es noch mein persönlicher, individueller Inhalt, aber es sollen ja auch andere Nutzer davon profitieren. Das schauen wir uns dann gleich detaillierter an. Des Weiteren finden Sie hier noch eine Druckfunktionalität. Ich kann direkt auch hier in der Karte schon Wegbeschreibungen absetzen, ich kann messen und kann besonders spannende Punkte auch über ein Lesezeichen definieren, um sie schneller wiederfinden zu können. Ich habe jetzt einmal eine Webkarte bereits vorbereitet. Die öffne ich einmal. Ich habe sie auch entsprechend benannt. Trassenplanung, Kala. Das sind die Daten, die Sie bereits aus dem Desktop-Projekt kennen. Hier jetzt als Dienst in einer Webkarte zusammengefasst. Wir schauen uns einmal die Legende an. Es ist das Untersuchungsgebiet, hier grün dargestellt. Die Trassenplanung in diesem kräftigen Rot, der Puffer außenrum im leichteren Rot. Und zudem Gebäude in einem Grünton, die betroffenen Flurstücke grau gehalten und die gesamten Flurstücke drumherum, die durch die NRS-Daten ursprünglich bereitgestellt wurden. Ich möchte jetzt mit Ihnen zusammen diese Webkarte noch etwas konfigurieren, noch etwas anpassen, weil ich sehe hier auch einen gewissen Anpassungsbedarf. Ich möchte zum Beispiel das sogenannte Pop-up, also das Infofenster, etwas anpassen. Wenn ich auf eine Geometrie klicke, dann bekomme ich die zugehörigen Sachinformationen geliefert. Im Beispiel des Gebäudes habe ich das bereits so konfiguriert. Hier sind verschiedene Informationen bereitgestellt, aber die Fläche, die Grundfläche des Gebäudes, die fehlt zum Beispiel. Was ich hier noch gemacht habe, ist das Stadtwappen von Kala eingebunden. Also ich kann auch hier in diesem Infofenster weitere Quellen einbinden. Ich möchte jetzt aber wie gesagt die Fläche noch einmal hinzufügen. Das heißt, das kann ich auch ganz einfach machen, indem ich mir den Layer auswähle und das sogenannte Pop-up konfiguriere. Über Attribute konfigurieren kann ich hier nämlich definieren, welche Informationen im Hintergrund in der Attributtabelle angezeigt werden sollen und welche nicht. Ich füge die Grundfläche hinzu und habe dann direkt auch diese Grundfläche hier im Zugriff und verfügbar. Zudem möchte ich jetzt die Farbe etwas anpassen, diese Gebäude. Die sollen nicht in diesem Grünton bleiben, die sollen ein bisschen anders, ansprechender gestaltet werden. Auch hier habe ich einen entsprechenden Dialog und wähle ganz einfach eher so einen Gelbton aus. Mit ein paar Klicks habe ich auch das gemacht, das angepasst und speichere meine Karte jetzt ab. So schnell und einfach kann ich also eine Webkarte konfigurieren. Und jetzt wird es natürlich richtig spannend. Ich möchte diese Webkarte jetzt auch anderen bereitstellen. Und das mache ich über den Freigabedialog. Das heißt, hier kann ich festlegen, wer diese Webkarte alles sehen darf. Wenn diese Haken nicht gesetzt sind, ist es mein persönlicher individueller Inhalt. Nur ich komme nach Anmeldung auf diese Webkarte. Wenn ich die Haken entsprechend anders definiere, kommen auch andere Nutzerkreise auf diese Webkarte. Also definiere ich diese Webkarte für jedermann zugänglich als alle öffentlich, dann können Sie auch diese URL abgreifen und die Inhalte betrachten. Ich kann aber auch diese Webkarte nur für meine Argus Online Subskription freigeben. Die heißt jetzt in meinem Fall GeoPlus. Ich kann aber auch innerhalb dieser Umgebung einzelne spezifische Projektgruppen definieren und nur für einzelne Gruppen freigeben. Also hier habe ich wirklich einen sehr feinen Mechanismus für die jeweilige Freigabe. Ich lasse jetzt die Freigabe, wie sie hier bereits schon vordefiniert ist und möchte jetzt diese Webkarte in eine Webseite einbetten. Dafür liefert mir Argus Online diesen kleinen Wizard, in dem ich definieren kann, welche Kartenelemente denn in dieser Karte noch alles integriert sein sollen. Zum Beispiel eine Legende oder die Kartendetails sollen hier noch hinterlegt werden. Und als Webseitenadministrator gibt mir jetzt Argus Online direkt einen entsprechenden HTML-Code und diesen kann ich jetzt auch in meiner eigenen Webseite einbinden. Beziehungsweise ich gebe diesen Code meinem Webseitenadministrator weiter und dieser bindet diesen Code in der Webseite ein. Das habe ich hier einmal vorbereitet. Das ist wie gesagt jetzt nur temporär und ein fingiertes Beispiel. Auf der Webseite von Kala haben wir jetzt unsere dynamische Webkarte genau so eingebettet. Ich habe hier den vollen Zugriff auf die Sachinformationen und kann hier dynamisch mich als Bürger informieren, wie denn der aktuelle Stand zur Trassenplanung ist. Das ist ein Beispiel für die Freigabe der Webkarte. Ein weiteres Beispiel ist diese nicht nur einzubetten in eine Webseite, sondern daraus auch gleich eine Web-Anwendung zu erstellen, eine Web-App zu erstellen. In diesem Dialog habe ich wiederum drei einzelne Reiter. Der erste Reiter konfigurierbare Anwendungen. Er liefert mir Web-Anwendungsvorlagen, die mir ESRI bereitstellt. Das sind ungefähr 30 verschiedene, um je nach meiner persönlichen Fragestellung hier die richtige Web-Anwendungsvorlage auswählen zu können und eine entsprechende Web-Anwendung abzuleiten. Das heißt, hier finden Sie die Gruppierungen. Ich kann eine Story-Map erstellen, um Geschichten zu erzählen. Ich kann hier auch mir alle anzeigen lassen und ich möchte Ihnen eine Vorlage jetzt mal vorstellen, den Basic-Ur im Vorschau-Modus. Das heißt, ich bekomme hier direkt einen Eindruck, wie diese Web-Anwendung aussieht. Die Webkarte ist die identische und ich bekomme hier verschiedene Funktionsbausteine geliefert. Ich habe also hier so eine Layer-Liste, kann ich einzelne Layer ein- und ausschalten, kann auch direkt hier rausdrucken zum Beispiel oder auch die Grundkarten anpassen. Das ist jetzt also eine einfache Web-Anwendungsvorlage. Es gibt aber auch deutlich spezialisiertere und angepasstere Web-Anwendungsvorlagen, wie zum Beispiel die Story-Maps-Vorlage zum Thema Vergleichen. Die habe ich hier schon einmal fertig dargestellt. Auf der linken Seite sehen Sie hier unsere Webkarte mit einer anderen Hintergrundkarte, mit einem Lift-Bild. Auf der rechten Seite die gleiche Webkarte mit einer topografischen Hintergrundkarte. Und das zentrale Element dieser Web-Anwendungsvorlage ist der in der Mitte befindliche Schieberegler. Das heißt, ich kann hier interaktiv direkt die Informationen ein- und ausblenden, die jetzt in der aktuellen Situation für mich relevant sind. Schauen wir uns nun den mittleren Reiter an, den Web-App-Bilder. Eine weitere Möglichkeit, um Web-Anwendungen zu erzeugen und die große Stärke des Web-App-Bilders ist, das passiert auch rein auf Konfiguration. Aber ich habe hier noch deutlich mehr Konfigurationsmöglichkeit im Vergleich zu den Web-Anwendungsvorlagen. Das heißt, ich vergebe hier meinen Namen des Web-App-Bilders, dieser Web-Anwendung, die ich generiere, und starte dann den Wizard. Das habe ich schon einmal vorbereitet. Und das ist genau eben dieser Wizard, der dann erscheint, wenn ich mich hier durchnavigiere. Auf der rechten Seite finden Sie die Web-Anwendung, wie sie aktuell aussieht, wie sie aktuell konfiguriert ist. Und auf der linken Seite sind die einzelnen Konfigurationswerkzeuge. Das heißt, in diesem ersten Schritt kann ich festlegen, wie das grobe Design aussehen soll. Ich definiere hier jetzt zum Beispiel eine andere Farbe. Im zweiten Schritt wird nochmal die Kartengrundlage definiert. Die möchte ich aber nicht verändern. Im dritten Schritt, Widgets, wird es richtig spannend, weil hier stecken die Funktionsbausteine drin. Hier kann ich meine Web-Anwendung mit unterschiedlichen Funktionen belegen. Ich habe hier zentral zum Beispiel so ein Begrüßungsbildschirm definiert. Das ist hier dieses sogenannte Splash-Widget. Ich habe hier im Hintergrund auch weitere andere Werkzeuge, wie zum Beispiel das Messwerkzeug hinterlegt oder einen Filter eingebaut. Und über diese Platzhalter kann ich jetzt beliebig weitere Funktionsbausteine integrieren. Das gibt es eine ganze Reihe an Fertigungen, die von Esri bereitgestellt werden. Und wenn wir diese mal nicht genügen sollten, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, auf Basis von JavaScript, HTML5 und CSS hier punktuell einzelne Bausteine nachzuprogrammieren. Ich muss aber zu keinem Zeitpunkt von null anfangen, sondern kann hier immer auf diese Basis zugreifen. Und was auch besonders schön ist, auch während des Konfigurationsmodus kann ich direkt immer schon meine Funktionen überprüfen. Also wie funktioniert denn jetzt mein Messwerkzeug? Ich klicke einfach direkt hinein, gucke, ob es funktioniert, kann es neu platzieren, kann es an eine andere Stelle schieben. Das ist also wirklich hier in Echtzeit zu konfigurieren. Dieser Konfigurator liefert mir darüber hinaus auch noch eine weitere andere schöne Möglichkeit, nämlich diesen Vorschau-Modus. Der Web-App-Builder und generell alle Web-Anwendungen, die Esri bereitstellt, basieren, wie schon gerade gesagt, auf JavaScript und arbeiten im sogenannten Responsive Design. Das heißt, je nachdem, was für ein Endgerät ich verwende, was für eine Bildschirmgröße mir zur Verfügung steht, wird diese Web-Anwendung optimiert dargestellt. Habe ich also ein kleines Smartphone zur Hand, wandert die Legende zum Beispiel hier nach unten. Oder wenn ich so ein Pop-Up mir genauer anschauen möchte, dann wird es mir im Vollbildmodus angezeigt. Und das kann ich hier direkt überprüfen, stelle ich hier fest, naja, diese Anzeige ist jetzt nicht nach meinem Geschmack. Dann kann ich direkt wieder in den Konfigurationsmodus zurück wechseln und diese anpassen. Habe ich hier also zu Ende konfiguriert, so wie ich das Ganze möchte, kann ich nochmal abspeichern und diese Web-Anwendung dann auch im Vollbildmodus anzeigen lassen, wie wir es jetzt hier sehen. Baut sich jetzt kurz auf, das wäre jetzt die User Experience direkt im Browser. Okay, damit haben wir jetzt in der praktischen Vorführung schon einige weitere Blöcke durchlaufen. Wir haben die thematische Karte zunächst erstellt und haben jetzt auch direkt schon die nutzerspezifischen Web-Anwendungen konfiguriert, nämlich einmal mit den Web-Anwendungsvorlagen und mit dem Web-App-Bilder. Zu guter Letzt, als Abschluss der praktischen Demo, möchten wir uns einmal noch anschauen, wie man ein aktuelles Lagebildsicht generiert, um die Übersicht im Projekt zu erhalten. So eine Lagebildsicht kann ich auch wieder startend von meiner Webkarte aus erzeugen, indem ich hier bei Web-App erstellen den dritten Reiter Operations Dashboard auswähle. Hier möchten wir diesen Wizard einmal kurz starten. Das heißt, ich vergebe hier wieder einen Namen und starte dann den Wizard. In diesem Konfigurationsmodus ist dann zentral wieder meine Webkarte, die ist immer die Basis meiner Web-Anwendungen dargestellt. Und ich kann jetzt hier peu a peu Stück für Stück meine einzelnen Funktionen für das Lagebild hinzufügen. In diesem Menü habe ich entsprechend verschiedene Bausteine bereitgestellt. Ich kann hier also neben der Kartenlegende zum Beispiel Balken, Kreisdiagramme, Säulendiagramme einfügen, kann hier Indikatoren festlegen. Das heißt, hier werden die Sachinformationen, die hinter einer jeden Geometrie liegen, direkt ausgewertet und agieren auch dynamisch mit der Karte. Wie das konkret und praktisch aussehen kann, das zeige ich hier in diesem fertigen Lagebildsicht. Ich werde das einmal vorbereitet mit den Daten unseres Szenarios. Hier links habe ich eine Liste der betroffenen Flurstücke generiert mit den wichtigsten Informationen direkt hier dargestellt. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann bekomme ich als Nutzer, als Anwender direkt eine Zentrierung der Karte auf das aktuell selektierte Flurstück und das Pop-up zum Beispiel, also das Infofenster hier mit angezeigt. Ich kann hier auch über die Indikatoren verschiedene Werte einfach aufsummieren. Ich habe hier direkt die Auskunft, 51 Flurstücke sind zum Beispiel betroffen. Ich kann hier auch Durchschnittswerte berechnen, wie viel Prozent einer jeden Flurstücksfläche sind denn durchschnittlich betroffen durch die bevorstehende Baumaßnahme. Aber ich habe die Möglichkeit, auch dynamische Fenster zu konfigurieren. Das heißt, die Dynamik steckt hier dabei drin, wenn ich mich in der Karte bewege, dann passen sich diese Kennzahlen entsprechend an, gleichermaßen wie dieses Diagramm. Das sind jetzt alles nur exemplarische Beispiele, wie man solche einzelnen Indikatoren konfigurieren kann, aber zeigt schön die Möglichkeit, die Vielfalt, wie man solche Lagebildsichten definieren kann. Ich habe hier auch ein Freihandselektionswerkzeug und auch darauf dynamisch passen sich dann diese so konfigurierten Bausteine auch dynamisch an wie dieses Kreisdiagramm. Gut. Damit haben wir jetzt also einen zentralen Blick zu guter Letzt auf das Projekt gehabt, was mich auch zu einer kurzen Zusammenfassung des praktischen Teils führt. Nämlich im ersten Schritt bei der Datenaufbereitung haben wir uns angeschaut, zunächst wie wir NRS-Daten in die ARGIS-Welt bekommen. Über die verschiedenen Partnerlösungen haben wir in ARGIS Pro dann die Daten analysiert und schlussendlich als Dienst bereitgestellt. Mit den Diensten haben wir eine Webkarte konfiguriert und weitergehend mit der Webkarte, die haben wir nicht nur in der Webseite eingebunden, sondern daraus auch weitere Web-Anwendungen abgeleitet. Und diese können über den Freigabemechanismus eben spezifisch verschiedenen Nutzergruppen zur Verfügung gestellt werden. Das der Abschluss des praktischen Teils und damit wieder zurück zu Christoph. Ja, Johannes, herzlichen Dank für die Vorführung. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie schnell und einfach doch da produktive Ergebnisse herbeigeführt werden können. Wie versprochen kommen wir jetzt zu dem Angebot, was wir speziell für Sie aufgesetzt haben. Und zwar sind das vier Lösungspakete, von denen wir Ihnen drei kurz vorstellen möchten. Und zwar zum einen das Lösungspaket Web. Für wen ist das gedacht? Und zwar für alle, die webbasiert die Informationen in Wert setzen möchten, die sozusagen Informationen veröffentlichen möchten, wie es gerade der Herr Fuchs entsprechend gezeigt hat. Und auch für alle gedacht, die Bedarf an mobiler Datenerfassung haben. Denn dieses Paket ist auch Voraussetzung für die Kombination zu weiteren Vermessungslösungen von Partnern. Dazu aber in unserem nächsten Webinar entsprechend mehr. Was ist hier enthalten? Wir haben eine Subskription, also sozusagen ein Lizenzmodell, ein Software-Service-Angebot für einen Nutzer. Zusätzlich gibt es einen Schulungsblock neben dem ESRI MOOC. Das steht für Massive Open Online Course, also ein Selbsttrainingsbereich, wo Sie mit Tutorials und Videos entsprechend sehr viel erlernen können. Dann gibt es auch eine Online-Schulung, wo Sie in zwei mal zwei Stunden aktiv durchgeführt werden, sodass Sie dann auch wirklich direkt produktiv sind. Welche Funktionalität erreichen Sie mit diesem Paket oder halten Sie mit diesem Paket? Das lässt sich in vier Blöcke aufteilen, und zwar einmal im Bereich Daten, Datenvisualisierung vollständig, aber die Datenaufbereitung oder die Erweiterung mit NS-Partenlösung ist hier zum Teil gegeben. Im Bereich der Analysen haben wir die Analysen im Web vollständig, aber im Bereich der erweiterten Analysen haben wir keine Möglichkeit, beziehungsweise Spezialanalysen könnten wir hier noch kombinieren. Was die Web-Anwendung angeht, also sprich die Veröffentlichung von Webkarten und die Veröffentlichung von Web-Apps oder auch die Nutzung von weltweiten Geoinformationen, den wir Ihnen zum Teil ja da vorgestellt haben, in diesem Bereich, ist vollständig gegeben, sowie die mobile Datennutzung, die mobile Datenerfassung und die Erweiterung mit Vermessungslösung. Das zweite Paket, was wir Ihnen vorstellen möchten, ist das ArcGIS-Paket, das Pro-Paket, was vor allem auch auf ArcGIS Pro basiert. Und für wen ist das gedacht, dass es für alle, die Bedarf an einem professionellen GIS-Arbeitsplatz haben, um zum Beispiel Daten aufzubereiten, zu analysieren, von dort aus eben webbasierten Wert zu setzen, also sprich Dienste zu veröffentlichen. Neben der angesprochenen ArcGIS Pro ist eine Subskription eben für einen Nutzer enthalten und zusätzlich zu diesem Web-Paket ist hierbei eine Schulung in einem SRE Training Center, wo Sie in drei Tagen eben die Oberfläche bzw. in ArcGIS Desktop ArcGIS Pro aktiv eingeführt werden, sodass Sie dann hinterher auch ArcGIS Pro produktiv nutzen können. Im Bereich der Funktionalität haben wir eben vollständig abgedeckt, sodass im Bereich vor allem der Analysen, neben dem Web, auch die erweiterten Analysen und die Kombination mit Spezialanalysen, also den Erweiterungen, möglich ist. Das dritte Paket, das sogenannte Projektpaket, das ist für alle gedacht mit Projekten und zwar stellt das eine Erweiterung zu bestehenden Subskriptionen eben dar für zwei und acht Nutzer. Und zwar zwei Nutzer, die etwas veröffentlichen können, die Daten erfassen können, also analog zu diesen Funktionen von dem Web-Paket und acht Nutzer, die entsprechend Inhalte nutzen können, die eben im geschützten Bereich liegen, also sozusagen gucken und drucken Nutzer. Neben den Schulungen und Möglichkeiten von dem Web-Paket haben wir hier eine Schulung auch wieder in einem ESRI Training Center, wo die Einsatzszenarien der ArcGIS-Plattform entsprechend dargestellt werden. Und die Funktionalität ist, wie gesagt, analog zu dem Web-Paket. Darüber hinaus stehen wir Ihnen natürlich auch selbstverständlich als Ihr Projektpartner zur Verfügung, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Sie einen Stadtplan für 10.000 oder 50.000 Bewohner einfach mal auf der grünen Wiese oder wenn Sie Geoinformationen als grundlegende IT-Unternehmen ausrollen wollen, neben technischen Support und Schulungen bei uns im Hause oder auch bei Ihnen vor Ort, auch Individualschulungen, bieten wir Ihnen eben auch Workshops an, um Sie zu beraten, also Softwareberatung, aber auch Softwareunterstützung bis hin zu Applikationen. Also haben wir ein vielfältiges Consulting-Angebot, was wir Ihnen bieten. Ansonsten haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, wie erreichen Sie uns, Ihre Fragen direkt über folgende Kontaktdaten an uns sozusagen zu senden und an uns zu richten. Vor Ort finden Sie uns an diesen Niederlassungen von Gransberg bis Köln, Hamburg und Berlin, also quer über ganz Deutschland. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme und freuen uns entsprechend auf Ihre Rückmeldung.